Nr Nr Tobi ok alle auf Posi Jaja Jaja Und für ihn im Haus ist ein Schwert ich weiß bei denen wasser denn mit der müde davon eisenschwester und ich hoffe das hat noch niemand geholt und zack so jetzt das wasser denn das ist die frage sprinte einfach mal ganz salopp oh man muss vorsichtig hier zwischen den bäumen jetzt sind wir auf dem baum hoch um mal ein bisschen gucken wo jeden Augenblick der Schlenderman kommt das muss recht sein davon nehmen wir die Hühner mit und die Kühe äh mit dem Schwert würde ich gerne machen aber ohne Verbrauchts nur noch ein Haufen Essen die mit der Hand platt zu schlagen ah da ist ein Haus ich gehe schon zum Haus das Haus das so ne das ist nicht das was so cool aussieht ok Hühner geht klar ich brauche nur drei Schläge ok dann kannst du dich umlegen kannst du hierher kommen zu dem Haus das hat hier eben Kohle mal drin gehabt bevor ihr irgendwelche Typen das leergeräumt habt ich bin jetzt bei dem Haus ich habe schon geschrieben drei Minuten pvp wie ist die Tür auf die Baustürkarte das ist ein Schalter damit ich gehe das ist jetzt behindert es hat etwas aufgegangen ich traue mich auch nicht zu gucken was ich will es jetzt tun da war ich schon durchschneiden mann ich will nicht sterben eben auf dem Berghof mit dem WN-Rätsel da bist du der Schalter ist da und dann wird es teilweise das ist auch noch gestattet ich höre die Pisten auf und zu genau ich sehe nicht wo egal nur ruhig mal getrost 4 Minuten pvp das ist die Scheiße wird es nicht mehr da muss man uns mit der Hand totbrügel der Hand in die Fresse da war noch nie manche zwischen Diamantel und und nach Axt bis heute in Axt macht mehr dämlich schätzen als mit der Hand ich habe mir gedacht ab und kann ich erinnern durch zu was ich hoffe man war noch niemand schüttel aus dass ich habe es sogar gebraten auf der Schneid ich habe hier jemand in der Höhle war schon müsste komm ich rüber ach shit alter hier wurde alles so gemacht dass du nur den Eingang in die hässliche Stadt nehmen kannst oh hier geht's ja hoch aber nix ist hier ich hab voll das nervige Geräusch bei dir hinten ja warte wie hörten sich's an das quietscht so übelst grell hm war in der Kirche was ja in der Kirche wir waren das von der Kathedrale war mit der Jump Action wo war da alter das nervt übelst kann ich nix für ich hab bei mir nix grad im Hintergrund es gab kein Alivem zur Zeit habe bitte sag mir das weiß nicht ich hab mal sie schwebt kreis es ist so eigentlich nicht das was ich haben wollte aber ich hab ins was so pvp ist auch was erscheint und ich hab dir man schon okay wo bist du jetzt wollen wir uns jetzt treffen? Geh einfach in die Stadt. Ich bin mitten in der Stadt beim Hangar ich hab das Gefühl sich nicht mehr eigentlich bis zu essen dabei ist Pvp an ja Pvp also ich bin recht gut aus dass ich nehme die ganzen Schweine alle mit hast du Kohl oder sowas? das wäre jetzt noch gut alles leer ich hoffe dass ich jetzt hier nicht in irgendeine Webefalle hast du ein Schwert? äh ich kann nix abrücken ach shit man das war gerade echt clever von mir ok, bist du in der Stadt? bist du drinnen in der Stadt? ich bin gerade außen am rumlaufen, aber ich bin doch da ok, das ist klar, äh hast du Level oder so? nein, null schon okay wo bist du? doppelt Zimmer, äh bin gerade dabei in den Hangar zu gehen zum Hangar beim Hangar ach da ich glaube ich sehe dich bis zu dass ich hoffe es doch mal ja das bist du ich gebe dir mal die Axt hälfte Fisch ein Brot hälfte Melon und ein Keks Dankeschön wie ich gar nix gefunden habe irgendwo hier, äh in den Häusern kannst du rein da ist eine versteckte Truhe ich weiß glaube ich auch sogar wo ich such dich schon die ganze Zeit damit ich überhaupt mal was finde ich glaube hier oben war das mich nervt eine Fliege ey oh, kann ich hier rein? äh, bist du da reingekommen? oh Gott, hier ist das mit der Lava ich fähle ich jetzt hier nicht ja hier ist Fisch und ne Eisenachs das war nicht die die ich gemeint habe aber gut zu wissen dass es da ist ne das wusste ich aber noch die Truhe und wo hier ist ein Haus da hängt eine Truhe an einem Kronenleuchter dran war das nicht in der Kathedrale? gute Idee, ich geh einfach mal Kronenleuchter ich weiß es nicht, ich hab keine Ahnung ich weiß, hier war bestimmt schon überall jemand ich hoffe, wir haben Riesen haben wir ja eigentlich genug also wenn wir einfach nur stehen bleiben und warten bis sie hierher kommen na, aber äh, ach hier ist ja Jump Action hier wird wohl, ich ist ja, ist hier was? ich glaube bei der Kathedrale da war oben Diamant oder so aber ich bin mir nicht sicher nicht sterben, ja ne, ich gebe nicht ich hab da auch keine Bock komm, komm, an die Leiter oh shit oh, wie der sich nicht an die Leiter festgehalten hat, ich kann kotzen aber ich will da jetzt auch unbedingt hoch ah, oh, oh, oh wow, 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 wow ach, schein oh, also wenn ich jetzt hier runterfall, beiß ich mir ein Behn ab uff rechte Eisenachse, ja Komm, komm, komm. Alter, wann bin ich denn hier oben? Ja! Alter, leck mich doch. Jawohl, ein Diamant und ein Stock. Das sag ich jetzt. Ist voll geil, was soll ich mit einem Diamanten... Ach, auf der anderen Seite wird auch noch einer sein. Ach, das bist du. Oh. Ich seh dich nicht mal, das ist noch gut. Ach, hier kann ich nicht rein auf die andere Seite. Okay, ich hab' nicht das meiste, was man jetzt hier noch so finden könnte, oder? Ja, würde ich auch sagen. Warte, komm mal her, hier ist die Eisenachs. Vielen Dank. Wollen wir jetzt rausgehen und die suchen, oder? Ne, ich will unbedingt wissen, wo das jetzt hier ist. Ich weiß, dass da was cooles drin war. Hä, man, welches Haus war denn das? Ich hab doch hier eine. Oh, da ist wohl schon jemand tot. Was war da drin? Weißt du das noch ungefähr? Ich bann mal, Julian. Wird die gebannten Player hier nicht durch die Gegend laufen. Äh, ne, ich weiß aber, dass es hier irgendwo war. Was ist denn das hier? Ach so, die Kirche schon. Äh, da kommt ein Player, komm mal her. Komm mal her, 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 her. Ja, ich bin da. Komm, komm, komm. Komm, siehst du den da? Da hinten. Da sind sogar zwei Namen. Lass mal kicken gehen. Puh, ach, wisst ihr, wie es gefällt hat. Da, da ist Beerus. Beerus. Alte Lumpenjunge. Wo will er denn hin? Keine Ahnung. Bleib doch einfach stehen, Beerus. Das geht doch vielleicht da. Mit einer Angel. Polen. Polen ist offen. Alter. Ups. Alter. Alter, ein Herz. Aber ich muss hier schon alle Banden, so alle gebannt. Scheiße, du hattest du genau von den Schwert dabei? Nö. Hast du ehens? Ach so, doch, ehna musste, hä, Dings, Brüllen, Töter hatte doch ein. Ach, hier liegt eins. Warte. Komm mal her. Wo ist das? Da. Wo ist das? Oh, krasser Scheiße. Alter, hier sind drei. Ob die die Truhe da oben geholt haben? Beim Wasser? Ja, da war das, äh, Eisenschwert. Da wäre da ins gewesen. Oh, ruft. Ah, die sind hässlich, oder? Komm, man konnte auch, okay, hier schon offen, alles klar. Ja, da war das, wo hier übelst du kam. Sankt hat mich. Wie hässlich, die alle sind hier mit ihren Angerufen. Gut, wir sind noch ein Rennen. Nur noch einer. Noch Richard. Warte mal, hast du nichts an, wann man steht. Ich gebe dir mal, meine Hose. Oh, cool. Getragene Unterwäsche. Äh, hallo Player. Ist das hier irgendwo? Ist ja noch ein Player. Leute, da oben. Wo? Ich glaube, ich habe ihn da oben gesehen. Bei dem Haus da oben. Lass mal gucken, geht. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ah, da musst du aufpassen, da kann man auch reinfallen. Weil man hier... Ey, naja, hängt nun Kürbis. Da ist auch eine Truhe versteckt. Ich bin mir drauf, ob da noch was tun muss, ja. Na, toll, wie wird es hier auch kommen. Oh, Alter, wie mir ist erschrocken. Das ist mich verarschen. Wo ist denn eine Truhe? Ach, hier. Jetzt auf dem Berghof versuchen. Ich will nicht sicher, aber ich möchte sagen, ich habe da gerade irgendwas blaues langlaufen sind. Hier wo Brot? Ja. Das wäre kein Problem. Nö, war es. Weil die ist auch eine Truhe in den Baum drin. Weil die sind auch noch Sachen drin. Habe ich eigentlich einen Bogen? Es wird doch noch nicht so leer, die Mapper. Alter, ich schaffe, habe ich dich gerade erschrocken. Wow, hier kannst du abbleiben. Und jetzt bist du. Ja, ich habe mir, glaube ich, gerade einen Namen gesehen. Oder jetzt fast in die Spinnenwebe rein. Ja, pass auf, hier ist auch noch eine. Ui, lol. Ich sehe voll das Kind. Paradise aufgebaut. Ach, leck mich doch. Was denn? Also, ich glaube nicht, dass hier oben noch jemand ist, aber hier ist ein bisschen Jump. Aktion. Oh, Twitter-Diamant. Oh. Oh. Wochenende Workbench. Unbedingt. Also wieder runter hier. Pass auf, dass du jetzt in irgendwas rein trittst. Nee, hab ich auch. Hier ist eine W-Wür mir. Ich stehe mir nicht da nebenhin. Ich bin schon auf dem Weg nach unten. Ach, da bist du. Pass auf, pass auf hier. Ja, 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 ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Nee. Äh, beim abgerissenen kaputten Haus ist da was, ne? Ey, da ist eine Truhe drin, da kommen wir aber nicht ran. Wo ist denn das? Hässlich hier. Ich bin schon. Das ist eine Truhe drin. Ich bin schon. Ich bin schon. Da ist das, das ist es, das ist es, das ist, das ist, das ist, das ist das. Vielen Dank.